Schönen guten Tag. Wir berichten heute aus Osterode mit einer Bank, gesponsert von Stadt Osterode. Hier ist kein Platz für Gewalt und darunter gibt es noch ein QR-Code, Frauen für Frauen, das Frauenhaus wird damit gewirbt. Diese Bank kennt man mit einer verlängerten Lehre und einer größeren Aussparung bei der Sitzfläche, wo kein Sitzplatz zur Verfügung steht. Bei dieser Bank wurde ein anderes Design gewählt, um zu zeigen, überall ist kein Platz für Gewalt. Als wir hier herkamen, fanden wir sehr schade, dass die Bank besprüht worden ist. Leider kann dieser QR-Code nicht mehr verwendet werden, aber es gibt eine Telefonnummer für das Frauenhaus Osterode am Harz. Frauen für Frauen, Frauenhaus Osterode am Harz, sind erreichbar unter der 05522 920 770. Die Telefonnummer finden wir auch in der Beschreibung. Hallo Leute, wir sind hier an der Söselpromenade. Hier gibt es sogar einen Buhlplatz und hier findet ihr auch die Bank keinen Platz für Gewalt. Und hier kann man sehr gut verweilen.